Wie kommt man in sehr kurzer Zeit an sehr viel Geld? Wie überfallen wird die Ansteller? Nein, das ist etwas für Jugos. Kennst du, du bist gut dran? Ich habe jetzt richtig verstanden, ich habe eine DVD oben gemacht, den Typ über deinen Badpan. Die reinen finden den Prozess hier. Ich hatte zwar etwas knutscht und kein Sex gehabt. Ja, los über die Stimme raus. Genau. Hey, du bist nicht aufpassen! Was machst du? Du weissverschlusskrämme! Scheisse! Was ist jetzt wieder? Du Schraube! So ein Jasse weiss, der Ballierer. Ich hatte gedacht, du bist hier unten. Was macht es mit deinem 5 da? Halt noch, wie redest du mit mir? Du hast eigentlich keinen Anstand. Mit denen spiele ich keine Karten mehr. Es heisst Jasse. Und mit dir erst recht nicht. 1-8-Party ist eröffnet! Ich habe jetzt schlafen, weil ich mir völlig gemeint, dass es Bad ist. Halt noch, was er drauf ist! Halt noch, wer크�lust! Sie sind schon ein bisschen alt... Schau mir zu ich zeig dir, was mit deinen alten sind. Das ist eben geil!